Den Emmenecker Freddy von Marbach habe ich noch gekannt, als ich ein kleiner Junge war und er war leider zuckerkrank und hat immer viel Alkohol getrunken und er hat sich gesagt, er tue lieber kurz und lustig leben, wieder lang und traurig. Und so hat er halt ein bisschen Alkohol getrunken und hat dann aber jetzt ein bisschen Party gemacht und mit Kollegen zusammen geshockt und er wusste genau, dass er mit so starken Zucker nicht mehr zu lange leben würde. Und so ist er halt ein bisschen zur Party im Haus verkommen, zum Party-Tiger, zum Party-Löwe. Und irgendwann ist halt der Patrick Emmenecker gestorben. Und dann der Jakob, Jakob Emmenecker, der Köbi, der Emmenecker.